Hallo liebe OrgaTV Zuschauer, ich heiße euch heute recht herzlich willkommen zu unserer zwölften Sendung in diesem Semester. Ja, wir haben heute schon unsere vorletzte Sendung, wir haben nächste Woche noch eine Live-Sendung und die Woche darauf ist schon der 29.7. und da findet unser OrgaTV-Medientag statt, den wir ja bereits letzte Woche angesprochen haben. Der wird im Kino 8,5 stattfinden, ich habe ja letzte Woche mit Dominik schon darüber gesprochen, über die Themen auch. Das wird hauptsächlich die Generation Z sein, Generation Z im Saarland, Generation Z in verschiedenen Ländern, wie unterschiedlich die auch sind in verschiedenen Kulturen und so weiter. Weiteres Thema werden unsere Outtakes sein, also hinter den Kulissen von OrgaTV machen wir so einen kleinen Zusammenschnitt. Ja, und wir haben das große Thema Fakultätszerschlagung, das war ja ein Hauptthema auch in unserer Sendung, ja in allen Sendungen fast war das Thema vertreten. Und darüber werden wir auch einen Zusammenschnitt machen. Am Medientag wird dann gezeigt. Ja, und für mich ist es aber heute schon die letzte Sendung leider, die ich moderieren werde, weil ich nächste Woche nochmal mit Herrn Kallmund unterwegs bin. Und zwar sind wir an diesem Tag beim Coch-Event von ProWin zur Eröffnung oder Einweihung der Akademie in Landsweiler-Reden. Und da wird leider nicht da sein, um die Sendung live zu moderieren, aber Dominik wird mich an diesem Tag nochmal in der Moderation dann vertreten. Ja, ich gebe euch mal noch einen Ausblick über die heutige Sendung, damit ihr auch wisst, was euch heute alles erwartet. Also wir haben zum einen einen Beitrag für euch über die Examsfeier, die letzte Woche Freitag hier an der Universität des Saarlandes stattgefunden hat. Da gab es die Urkundenverleihung für Bachelor, Master und auch Diplom-Absolventen. Und Julia und ich haben ja unsere Urkundete vom Bachelor verliehen bekommen, letzten Freitag. Und zum Beispiel auch Ali, der mit uns zusammen 2012 im Sommersemester das interne Praktikum OrgaTV belegt hat, hat an diesem Tag auch eine Rede gehalten. Da werden wir nachher auch noch einen kleinen Ausschnitt draus sehen. Ja, und in diesem Zusammenhang wird auch Julia hier bei mir im Studio noch sein, als Gast sozusagen. Wir werden über unsere Examsfeier sprechen und uns auch für dieses Semester bei euch verabschieden, weil es ja wie gesagt meine letzte Sendung ist. Und Julia ist zwar nächste Woche noch da, aber trotzdem ist sie heute zum letzten Mal als Gast dann hier im Studio. Ja, außerdem haben wir einen Beitrag für euch über die zweite Zeus-Europa-Ring-Vorlesung, die letzte Woche Donnerstag stattgefunden hat, zum Hauptthema Annäherungs- und Abgrenzungsprozesse im europäischen Kulturraum. Ja, Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebring und Prof. Dr. Christian Scholz haben über das Thema Interkulturalität eine Reise voller Überraschungen und Irrthema referiert. Dabei hat Prof. Lüsebring das Thema aus der Sicht der romanischen Kulturwissenschaft und interkulturellen Kommunikation gesehen und Prof. Scholz hat es aus der Sicht der klassischen BWL aus dieser Sicht gesprochen. Außerdem haben wir dann noch einen Beitrag für euch, in der Dr. Roland Rolles, der Vizepräsident der Verwaltung und Wirtschaftsführung, über die Finanzsituation an der UDS darüber spricht. Ja, und jetzt fangen wir mal an mit dem Beitrag zur Vorlesung von Prof. Lüsebring und Prof. Scholz, also zum Thema, das ich ja eben angesprochen hatte, das Thema Interkulturalität eine Reise voller Überraschungen und Irrtümer. Schaut einfach mal rein. Zur zweiten Zeus-Europa-Ring-Vorlesung haben Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebring und Prof. Dr. Christian Scholz zum Thema Interkulturalität eine Reise voller Überraschungen und Irrtümer aus zwei unterschiedlichen Sichtweisen referiert. Prof. Dr. Lüsebring hat die Sichtweise der romanischen Kulturwissenschaft und Prof. Scholz aus Sicht der klassischen BWL vertreten. Wir haben für euch einen kurzen Auszug zusammengestellt und die vollständige Audiodatei findet ihr auf orga.tv. Interkulturalität, Doppelpunkt, gegenseitiger Prozess des Austauschs, der Interaktion, der Verständigung, der Konstruktion, aber auch der Überraschung und der Irritation, ebenso der Selbstvergewisserung, der Deformation, der Erweiterung und des Wandels, der dann relevant wird, wenn Kulturen auf der Ebene von Gruppen, Individuen und Symbolen in Kontakt miteinander kommen und nicht über dieselben Wertorientierungen, Bedeutungssysteme und Wissensbestände verfügen. Sowohl in seiner Liste, als auch was er von Herrn Barmer referiert hat. BWL kam da gar nicht vor. Es kam nicht Management vor, es kam nicht BWL vor. Und das ist nicht, weil er das jetzt ausgelassen hat, um mich irgendwie zu ärgern, nein. In der BWL ist dieses Wort der Interkulturalität etwas, was überhaupt erst in den letzten paar Jahren überhaupt in die Diskussion gekommen ist. Wenn wir zurückgehen in die Zeit 70er Jahre, 80er Jahre, hat die BWL damals als höchste Erkenntnisstufe gehabt, etwas, was sich International Management nennt. Genialogie bedeutet zurücksteigen in die Vergangenheit, ins 19. Jahrhundert in dem Fall, um zu verstehen, woher kommt dieser Kulturbegriff und welche Hypotheken weist er auf. Kultur, ich habe in meinem Brockhaus, den ich gerne hierher geschleppt hatte, aber es war mir jetzt doch zu schwer, 1824, Kulturen auch mit C geschrieben, von Lateinisch cholere, bebauen, bearbeiten, bedeutet, so Brockhaus' Konversationslexikon von 1824, erstens die auf ein Ding gerichtete Tätigkeit, um die in ihnen schlummernden Kräfte zu entwickeln und auszubilden. Zweitens aber auch den Zustand, in welchem diese Kräfte schon bis zu einem bedeutenden Grade entwickelt und ausgebildet sind. Daher spricht man eben sowohl von der Kultur eines Ackers oder Landes als von der Kultur eines Menschen oder Volkes. Sie haben gerade gehört, diese ganze Historie, die ganze Entwicklung, Völkerkunde, Idee, verstehe den Feind. Verstehe, um zu gewinnen. Und das ist natürlich etwas, was man durchaus als interessant auch für Betriebswirte einsehen kann. Und da war natürlich jetzt die große Frage, Unternehmen gehen in unterschiedliche Länder und können nicht jedes Mal intuitiv alles neu erschließen. Das ist ineffizient. Also tun Betriebswirte das, was sie gelernt haben. Sie versuchen, klare, simple Formeln zu finden, die einem in jedem Fall auch eine komplexe Kultur klar kommunikativ rüberbringt. Und der Hauptvertreter, der das gemacht hat, ist, ich habe jetzt leider das neue Buch hier, sehe ich gerade, und nicht das alte, aber das ist jetzt egal, Hofstädte. Und Hofstädte, für die, die sich kennen, das sind vielleicht zwei in dem Raum, erwähne ich es aber nochmal, weil es wichtig ist. Hofstädte ist hingegangen und hat mal rausgekriegt, was ist so das Charakteristische von Ländern. Und hat dieses Charakteristikum oder diese Charakteristika auf einige wenige kurze Variablen reduziert. So, also wie ihr jetzt gesehen habt, war das ein sehr interessanter Vortrag der beiden Professoren. Und ja, ihr habt es ja gerade schon auf der Folie auch gesehen, also wenn wir euer Interesse dafür geweckt haben, dann schaut auf die Seite von orga.tv, da findet ihr nähere Infos dazu und könnt euch den kompletten Vortrag auch als MP3-Datei runterladen und komplett anhören. Das war jetzt ja nur ein kleiner Ausblick. Ja, wir können jetzt hier keine Stunde senden, aber als MP3-Datei wird sie dann zur Verfügung stehen. Ja, und jetzt begrüße ich auch schon meinen Studiogast heute hier, das ist die Julia. Hallo. Ja, und zwar hatten wir ja letzte Woche unsere Examensfeier am Freitag hier an der Uni. Also wir haben jetzt mal im dritten Mastersemester unsere Bachelor-Urkunde bekommen. Wann ist sie ausgestellt worden? 2008, ja. Am 4.8.2014? Ja, ich meine, war auch im August 2014. Aber gut, wir haben sie erst bekommen. Ehrlich? Ist ja alles okay. Ja, und jetzt haben wir mal von den Reden, die wir hatten, oder die es bei der Examensfeier gab, auch von der Urkundenverleihung, wo wir beide nach vorne gegangen sind. Ja, und so ein paar Sachen haben wir jetzt mal als Beitrag zusammengeschnitten. Da schauen wir jetzt mal rein, gucken uns das mal zusammen hier an. Klar. Ich bin sehr stolz auf das, was Sie erreicht haben. Und ich würde ja denen, die uns verlassen, weil sie jetzt ein Diplom oder einen Masterabschluss haben oder vielleicht einen Bachelorabschluss in den Beruf auch gehen oder eine andere Universität anstreben, alles Worte für den Lebensweg. Da freue ich mich natürlich dann auch die Studierende, die uns ja noch gar nicht verloren umgehen, die also einen Bachelorabschluss haben und dann in einem unserer Masterstudien gehen wir wieder weiter studieren und die dann die Freude haben werden, in einer vergleichsweise und einer schaubaren Zeit wieder eine solche Examensfeier erleben zu dürfen. Das soll aber von meiner Seite her benügen. Das ist unsere erste große Rede zu einem so wichtigen Anlass und vor einem so großen Publikum. Natürlich haben wir bereits zum Beispiel bei Professor Zendes oder Professorin Frau Birklein in vielen Wahlstudien und Übungen gelernt, wie man sich präsentiert. Und daher wissen wir, dass bei jeder Präsentation, die fängt man mit einem Zitat an. Das Zitat ist von Alexander Saheb, einem deutschen Journalisten und Buchautor und es sagt, die Vergangenheit ist die Wahrheit. Die Gegenwart ist ein Zufall und die Zukunft ist ungewiss. Das ist eine Theorie. Praktische Erfahrungen konnte man hingegen auch im Bereich der internen und externen Praktika sammeln. Ich persönlich habe ein internes Praktikum bei Professor Scholz bei Orbitv gemacht. Als Moderator hatten wir zwei Wochen lang jede Woche 30-minütige Sendung zusammengestellt. Dies war eine sehr lustige und interessante Erfahrung, für die ich auch sehr dankbar bin. Was die Zuschaueranzahl angeht, haben wir aus Datenschutzgründen nie Informationen enthalten. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es ca. 17.000 Spenden gewesen sind. Wer weiß das Gegenteil? Julia Laufer Pascal Lerne Michael Müller-Bach Vanessa Musel Chantal Naumann Wie wir gerade gesehen haben, hat ja Abi auch ein Veranstaltungswerk organisiert. Die Zuschauer war enorm, die man gesehen hatte. Die wird natürlich auch wieder designiert. Und jetzt sehen wir noch ein paar Bilder von unserem alten Orga-TV-Team. Von Ali, Luis und Johannes. Genau, die hatten ja auch mit uns dann die Examsfeier am Freitag. War eine schöne Veranstaltung, war gelungen auf jeden Fall. Ja, definitiv. So einen Vortrag hätte man vielleicht können weglassen, der nicht so passend war. Aber gut, das ist ja meistens der Fall. Aber trotzdem, obwohl es jetzt auch so viele Leute waren, ging es trotzdem relativ schnell vorbei mit der Zeugnisübergabe oder Urkundenverleihung. Ja, doch schon. Es war immer in Fünfergruppen dann ja so aufgeteilt. Das ging dann eigentlich, fand ich. Genau. Wie man auch gehört hat, dass du schön gelacht hast während des Vortrages. Ja, ja, hat man einen Beitrag gesehen gehabt. Von Ali, mit dem Statement da, ne? Genau. Genau. Ja, das war die Examsfeier. Da werden wir dann, gut, nächstes Jahr keine haben. Übernächstes wahrscheinlich, ne? Wird sich wahrscheinlich gerade wieder überschneiden. Genau, wird sich überschneiden, dass wir wahrscheinlich im Oktober, ja, so Oktoberrum fertig sind. Und dann die Examsfeier wieder verpasst haben. Genau, müssen wir aufs nächste Jahr warten. Aber gut. Ja, ansonsten, was haben wir sonst noch? Ach so, zu OrgaTV allgemein. Wie hat es dir denn gefallen bisher? Es ist ja auch heute dann, zwar nicht deine letzte Sendung, aber deine Verabschiedung jetzt hier im Studio, dass du hier live bist. Gut, also was soll ich sonst sagen, außer dass es gut war? Ne, Quatsch. Also war echt eine coole Zeit, war ein cooles Team, muss ich schon sagen. Und ja, das Beste war eigentlich das, was man in der Sendung nicht gesehen hat. Sagen wir es mal so, ne? So dieses Making-of hinter den Kulissen. Weil das ist echt, ich meine, du kriegst ja nicht mit, was raus. Und was passiert bei uns, also echt immer ein Erlebnis, jeden Mittwoch neu. War schon cool. Ich finde aber auch so, beim Drehen und so, hat es immer Spaß gemacht. Guck mal, wie wir zum Beispiel bei Dance in the City waren. Ich glaube, um halb zwölf oder so abends waren wir dann da unterwegs. Und ja, das war eigentlich schon immer ganz lustig. Aber das ist halt dann nur, wenn man halt ein gutes Team hat. Genau, damit steht ein Feld eben alles. Und vielleicht hier auch nochmal ein herzliches Dank an unsere Betreuer, an die Alex, an die Verena, die sich vor der Kamera nicht zeigen möchten. Aber vielleicht könnte man es ja in die Outtakes irgendwie mit einbauen. Dann müssen wir mal schauen, was wir machen. Genau, irgendwie müssen die noch rein. Ich habe mir auch noch ein Dankeschön aufgeschrieben. Das sage ich einfach später nochmal. Ja, ansonsten. Was war so dein Highlight, was du eigentlich sagen kannst für AugaTV 2015? Mein Highlight, ich kann jetzt eigentlich gar nicht sagen. Also mir hat das immer super viel Spaß gemacht, das hier zu moderieren. Mir gefällt das echt. Mir macht das richtig viel Spaß. Mir gefällt das gut. Und Highlight kann ich eigentlich keins nennen. Das ist immer cool mit euch hier. Und ja, also war alles ein Highlight. Genau. Was natürlich auch ohne unsere UMP-Kids gar nicht gegangen wäre. Die haben uns ja auch gemacht. Weil immer nur zwei Stück da sind, die uns mit der Kamera geholfen haben. Genau. War echt cool. Wir werden ja auch jetzt heute hier noch gefilmt. Für den Beitrag hinter den Kulissen bei AugaTV wird jetzt hier auch noch was nebenher noch gedreht. Auch zwischen den Beiträgen und so. Ja, ansonsten. Ich würde sagen, stoßen wir an. Stoßen wir an. Auf deine letzte Moderation. Ja, auf deinen letzten Auftritt hier live im Studio. Genau. Und auf die schöne Zeit. Genau. Prost. Ja. Dann verabschieden wir damit unsere Hochschulexpertin für dieses Semester. Das muss jetzt nochmal einmal gesagt werden, Julia. Sie war ja die Hochschulexpertin von AugaTV. Und die Million ist immer noch nicht aufgetaucht. Nee, die wissen immer noch nicht. Aber ja. Gut. Also dann hat es Spaß mit dir gemacht. Und ja. Genau. Dann sage ich auch schon mal Tschüss. Und nächste Woche sehen wir dann den Felix in der Sendung. Und wie du schon gesagt hast, der Dominik moderiert das dann nächste Woche als Vertretung für dich. Das hat er das letzte Mal auch ganz gut gemacht. Genau. Das war natürlich nicht so gut wie du, aber ist schon eine gute Vertretung für dich. Gut. Ja. Also dann werden die beiden sich nächste Woche verabschieden. Julia verabschiedet sich jetzt und ich mich dann halt später. Ja. Und jetzt haben wir den anderen Beitrag für heute. Den habe ich ja am Anfang schon angekündigt. Also es geht darum, um das Interview mit Dr. Roland Rolles, der referiert hat oder mit uns halt das Interview geführt hat über die Finanzlage, die aktuelle an der UDS und auch die Sparmaßnahmen bis 2020. Aber da schaut ihr einfach mal am besten selber rein. AugaTV Zuschauer zum heutigen Teil der Interviewreihe. Ich darf heute in unserem Studio Herrn Dr. Roland Rolles, den Vizepräsidenten der Verwaltung und Wirtschaftsführung willkommen heißen. Herzlich willkommen, Herr Rolles. Danke. Es gab ja eine emotionale Debatte in der vergangenen Vollversammlung, was jetzt die aktuellste der Veranstaltungsreihe war. Stellen Sie sich vielleicht erst mal selbst vor und geben gleich ein Bild zu Ihrer eigenen Einschätzung. Ja, mein Name ist Roland Rolles. Ich bin seit gut anderthalb Jahren jetzt hier an der Universität des Saarlandes. Das, was man an anderen Universitäten oft noch den Kanzler nennt. Hier wurde das mal geändert. Er ist als Vizepräsident für Verwaltung und Wirtschaftsführung. Ich bin seit Januar 2013 hier zuständig für alles, was mit Verwaltung, Finanzen, IT, Personal und ähnlichen Dingen, also rund um die Hochschulverwaltung, zu tun hat. Und habe in einer Phase hier begonnen, als eben die Diskussion um die Finanzlage der Universität natürlich schon in vollem Gange war. Wir haben den Finanzrahmen bis 2020 vom Land bereits 2013 erhalten. Und als ich anfing im Januar 2014, wurde dann auch das Gutachten des Wissenschaftsrats vorgelegt, was ja Auslöser vielfältiger Diskussionen jetzt in den letzten Monaten gewesen ist. Okay, jetzt sind die Studenten seit einigen Monaten engagierter als zuvor, vielleicht sogar etwas zu spät. Für die ganze Debatte, Sie sagen 2013, haben Sie bereits den Haushalt vorgelegt bekommen. Sie waren auch anwesend bei der vergangenen Vollversammlung. Wie war Ihr Bild jetzt von der aktuellen Situation und auch von der Debatte, über die wir jetzt letzte Woche berichtet haben? Ja, wir befinden uns natürlich jetzt seit Längerem in Diskussionen, Überlegungen, wie sozusagen auf den knappen Finanzrahmen, der uns bis 2020 nur noch zur Verfügung steht, reagiert werden kann. Als Präsidium haben wir dort eine Finanzplanung, die den Zeitraum bis 2020 abdeckt, eben vorgelegt und auch in den letzten Monaten sehr intensiv besprochen, mit den Fakultäten und auch in den Gremien, insbesondere auch im Senat, in dem ja auch die Studierenden entsprechende Vertreter haben, sodass wir schon glauben, dass wir, was die Information am Campus angeht, über unsere Pläne immer sehr intensiv informiert haben. Was natürlich nicht bedeutet, dass eben alle Fakten und Informationen, die dafür notwendig sind, auch für den Meinungsbildungsprozess am Campus auch überall ankommen. Insofern sind Veranstaltungen wie letzte Woche, glaube ich, sehr wichtig und hilfreich, um eben dort auch sozusagen im direkten Kontakt, in der direkten Interaktion auch ins Gespräch zu kommen. Ich fand die Veranstaltung, die Vollversammlung insofern sehr gelungen, wenngleich sie nicht ausgereicht hat, denke ich, um auch alle Fragen und Sorgen und Nöte der Studierenden an der Stelle auch zu beantworten oder darauf zu reagieren. Insofern muss man das sicherlich fortsetzen. Es ist insofern natürlich nicht zu spät, als dass wir hier über einen Sechsjahreszeitraum sprechen, in dem verschiedene Dinge sich verändern werden. Wir stehen vor einem Rückbau der Universität. Und die Frage, wie man das genau gestaltet, lässt sich natürlich nicht heute für sechs Jahre komplett planen, wenngleich wir doch jetzt versuchen, eine Finanzplanung, die sechs Jahre abdeckt, eben auch zu finalisieren, um eben auch allen die gewünschte Planungssicherheit zu geben. Okay. Sie haben gerade den Rückbau der Universität erwähnt. Jetzt wurde am Abend, an dem die Vollversammlung stattfand, vom Senat beschlossen, dass die Fakultätenanzahl von acht auf sechs reduziert wird. Welche Bedeutung hat dieser Entschluss für die Studenten oder auch für die Universität des Saarlandes? Der Senat hatte bereits vorher dazu Stellungen bezogen, die etwas differenziert waren. Der Universitätsrat hat dem Vorschlag des Präsidiums folgend sozusagen die Restrukturierung von heute acht auf dann nunmehr künftig sechs Fakultäten beschlossen, die zum 1. Oktober 2016 realisiert werden sollen, also zum Wintersemester 2016-2017. Für die Studierenden hat das aus meiner Perspektive zunächst einmal keine großen Veränderungen zur Folge, weil dort eher die Frage natürlich relevant ist, welche Studiengänge werden in welcher Form noch angeboten, unabhängig von der Frage, in welcher Fakultät das letztlich verortet ist. Das hat natürlich für das Leben am Campus, für die vielfältigen Gremientätigkeiten und so weiter natürlich erhebliche Auswirkungen, sodass sich schon das ein oder andere ändern wird. Aber für die Studierfähigkeit und das Angebot an Studiengängen hat das zunächst einmal keine unmittelbare Auswirkungen. So, mit diesem letzten Beitrag sind wir eigentlich auch schon fast wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ja, aber so schnell werde ich mich doch nicht los. Ich möchte nämlich noch einiges loswerden. Ich wollte nämlich noch sagen, dass es mir wirklich super viel Spaß gemacht hat, das hier zu moderieren. Ich denke, ich habe einiges dazugelernt hier und das ist auch eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Ja, mit dem Team auch schon, wie ich eben mit der Julia auch schon gesprochen hatte. War echt, hat alles gepasst, war cool. Und ja, damit nochmal danke an das ganze Team, danke an Felix, dass du immer mit der Technik geguckt hast, mit den Kabeln, dass da alles funktioniert, dass du oft eingesprungen bist zum Filmen auch und so. Danke an Julia, dass du immer die Hochschulexpertise hier gemacht hast, dass du immer super viel geschnitten hast, weil du das auch am besten kannst einfach hier. Ja, danke an Dominik, dass du hier für mich in der Moderation einspringst, dass du die Sache mit den UMP-Kids regelst. Danke an die UMP-Kids selber, die uns hier jede Woche assistiert haben. Danke an Verena und Alex, haben wir eben auch schon gesagt, unsere Betreuerinnen, die hier auch immer uns geholfen haben, die Sendung auf die Beine zu stellen. Die sitzen jetzt auch draußen hier am Bild- und Tonmischpult. Ja, haben uns auch immer geholfen, also vielen Dank, hat echt Spaß gemacht mit euch. Und falls man jetzt demnächst irgendwie die Prüfungsordnung wechseln kann und man kann vielleicht noch ein Studienprojekt einbringen, dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall einfach mal eurer TV. Ich hoffe, mein Team macht da mit. Ja, ansonsten, ihr sollt aber nächste Woche auf jeden Fall noch einschalten. Also ich bin nicht mehr da, aber Dominik vertritt mich ja. Wir haben nächste Woche unsere letzte Sendung. Themen werden sein, unter anderem noch ein weiterer Beitrag von Dr. Rolles. Also wir haben ja gerade den einen gesehen, da werden wir noch einen oder zwei sogar haben. Und wir haben noch einen Beitrag für euch über Borussia Neunkirchen, also aktuelle Wasserstandsmeldungen zum Stand der Insolvenz. Und zwar war am 19.06. dazu eine Mitgliederversammlung bei der Borussia im WIP-Raum. Und da hat der Insolvenzverwalter und der erste Vorsitzende und auch die anderen Vorstandsmitglieder ja, aktuelle Wasserstandsmeldungen zur Insolvenz halt gegeben. Ja, und Sachen erklärt, wie das zum Beispiel der Stichtag, an dem die Saison hier endet, war der 30.06. Das heißt, der ist ja schon rum, also Borussia ist nicht abgestiegen. Die spielen in der nächsten Saison auf jeden Fall Oberliga. Es kann aber sein, wenn die Insolvenz bis zum 31.07. eröffnet wird, oder bis zum 1.8., dass dann in der Oberliga gespielt wird, aber ohne Punkte. Also, dass man halt gar keine Punkte einsammeln kann. Da wird es dann halt auch sicher schwer, irgendwie, ja, überhaupt Spieler zu bekommen oder so, weil ich denke, es macht uns so viel Spaß zu spielen und, ja, Power zu geben und dann halt, ja, trotzdem immer auf dem letzten Platz zu sein und nie Punkte zu bekommen. Aber ich denke, die Meldungen sind ganz gut. Es gab auch heute noch eine Neuigkeit nach der Mitgliederversammlung dann in der SZ, aber das werdet ihr alles nächste Woche sehen. Nur noch ein Satz dazu, und zwar sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus. Und wenn jetzt eine gewisse Summe bis zum Stichtag 31.07. eingenommen werden kann und wenn auch Vergleiche mit den Gläubigern geschlossen werden können, dann kann die Insolvenz abgewendet werden, indem halt der Insolvenzantrag zurückgezogen wird. Das ist bis zu diesem Zeitpunkt möglich. Und drückt mal die Daumen, dass es klappt und sieht im Moment alles ganz positiv aus. Ja, das alles erwartet euch nächste Woche. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß dabei. Wir sehen uns nächste Woche nicht, aber ich denke an euch. Also bis dann, nächste Woche wieder einschalten. 18.18 Uhr bei Orga.tv илferien. angeriat